Liebe Freunde moderner Unterhaltung, immer wieder geschieht YouTube leider der Fehler, meine Videos in Deutschland nicht mehr anzubieten. Aber dagegen kann man etwas machen. Ihr müsst jetzt einfach selbst aktiv werden. Ich erlaube gerne bis auf weiteres ausdrücklich das private Teilen meiner Inhalte. Googelt im Netz doch einfach mal nach YouTube-Konvertern wie Jabbit. Diese Programme nutzen in der Regel eine rechtliche Crowdzone und gestatten so das rechtlich quasi legale Downloaden und private Nutzen von Musik. Außerdem ist YouTube zum Glück ja auch nur ein kleiner Teil des Hot Entertainments. Wer sucht, findet im Internet sicher auch noch eine recht aktuelle Webseite unter meinem Namen, sowie den eigenen Radiosender, höre auch den Titel. Wer möchte, findet sicher auch noch mehr von mir. Wer trotzdem meine Videos unbedingt über YouTube und in Deutschland hören will, kann womöglich auch damit geholfen sein, seine Länderkennen auszuschalten. Ich habe es selbst noch nicht probiert, aber wenn euer Standort unbekannt ist, bekommt ihr womöglich auch in Deutschland Inhalte zu sehen, die eigentlich nicht für deutsche Bürger bestimmt sind. Ich wünsche wie gewohnt nach wie vor viel Spaß.